Xbox diesen Krieg erwähnen. Dann lassen wir andere Kinder darüber entscheiden, auf welchem System wir spielen. Was würden Sie wohl bei Game of Thrones tun? Was würden Sie tun, wenn es aussichtslos ist? Entschuldigen Sie die Störung, Sir, aber wir glauben, dass Sie sich das hier mal ansehen sollten. Du bist ein Problem. Der Winter steht vor der Tür. Du musst dich entscheiden. Wo kommt das her? Eine mittelamerikanische Kleinstadt, aber trotzdem steht sie offensichtlich am Rande eines Krieges. Sir, wenn das durch die Nachrichten geht und wenn tatsächlich die ersten Leute in dieser Maul alle nur Xboxen kaufen, könnte sich das ziemlich schlecht auf unser Image auswirken. So, Disney. Was wird an diesem schwarzen Freitag der besondere Artikel sein, den jeder haben will? Es könnte womöglich die Playstation 4 sein. Sony hat gerade angekündigt, dass sie zum schwarzen Freitag ein Spezialbundle anbieten wollen. Es heißt das schwarze Flighttag Bundulu. Zu diesem Bundle gehören vier Controller, eine japanische Landkarte, ein Rabatt von 100 Dollar und es erlaubt ihnen die automatische Vorbestellung von Metal Gear Solid 5. Damit hat Sony ganz zweifellos die Einsätze erhöht. Gut so, Föderation Kids. Ihr lernt mit den Händen zu kämpfen. Weiter, Kindergarten-Kiddies. Sir Kyle, ich weiß, dass Sony dieses Spezialbundle anbietet, aber du weißt, dass die Xbox immer noch besser ist. Ja, aber wieso kann man mit der Xbox nicht automatisch Metal Gear Solid vorbestellen? Sir Kyle, Vorbestellungen sind ein Dreck wert, okay? Wenn du ein Spiel vorbestellst, verpflichtest du dich bloß für irgendwas zu bezahlen, das ein paar Arschgeigen in Kalifornien nicht mal fertiggestellt haben. Weißt du, was du für so eine Vorbestellung kriegst? Ein Schwanz in den Mund. Okay, hört mich an. Die Mall erlaubt es der Kundschaft, sich erst ab der Thanksgiving-Nacht hier für den schwarzen Freitag anzustellen. Nein, was soll denn das? Ist alles kein Problem. Wir händigen Armbänder aus, damit sie ihren alten Platz in der Schlange wiederkriegen. Oh Gott, oh Gott! Zurück! Geht alle zurück! Los! Wenn ihr euch so verhaltet, gibt's gar keine Armbänder. Los, verschwinden! Ihr sollt verschwinden! Ich krieg die Elmo-Puppe für meinen Sohn, Schweinepriester! Nein! Du warst sehr gut. Zeit für die Wachablösung. Nein! Sie dürfen nicht sterben. Es haben Sie doch alle wirklich gern. Das ist es wohl.